wir haben ein neues buch china und das chinesische neujahr natürlich name zuerst große und kleine buchstaben prima drachen nicht wahr aber ich denke das kannst du später malen lass uns mal schauen was wir alles tun sollen ok zähle und male an das ist nicht so schwer das kannst du sicherlich schon ich sehe viele dinge fächer damit kannst du dir frische luft machen nicht wahr ich male sie nur in einer farbe aber du kannst du dich mehr machen mal drei alle gleich habe ich dir schon gesagt 1 2 3 finden und malen dann haben wir hier laternen sie sehen nicht aus wie unsere laternen richtig zählen malen und hier unten die richtige zahlern malen richtig super schwer wie viele drachen das sind orangen hier ist ein kleiner umschlag mit geld diese umschläge sind immer rot rot und gold habe ich gesehen und wenn du genau schaust du hast einst zu hause nicht wahr wir haben die nach hause geschickt vielleicht ist bei dir kein geld nein kein geld das ist okay bei dir da kannst du vielleicht deine abc dinge rein tun es wäre eine gute idee hier hier haben wir feuerwerk und hier haben wir kleine häuser wie ein paar war ja okay also du weißt was du tun sollst malen zählen zahl darunter an malen das kannst du hier ist unser nächstes papier diese seite der drache schreibe 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 die wörter fertig schreibe die wörter fertig du kannst sehen hier haben wir schon anfangsbuchstaben hier sehe ich ein n hier sehe ich st 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 und t hier unten sehe ich hier genau aufpassen habe ich wie leise leise und dann schauen wir ein weder zu das macht und hier habe ich noch einmal sch aber diesmal habe ich ein u dabei das macht ok also schauen hier habe ich die wörter schwanz stacheln zähne nase und schuppen schuppen du weißt nicht was es ist ganz einfach benutzt die wörter die du kennst hier hast du ein wort mit n nase genau du schreibst hier nase nase geschrieben ich streiche es weg das nächste wort ist mit s t st st finde es hier oben genau es ist das wort stacheln stacheln und streiche es weg macht das gleich hier unten mit diesen drei wörtern und dann bist du eigentlich schon fertig es wäre schön wenn du den drachen anwalt du kannst ihn mal wie du möchtest ok ich denke meiner wird rot ich mag rot